Ich habe eben mit Interesse die Pressekonferenz des Bundesaußenministers zur Kenntnis genommen. Bei seiner Schilderung der Zustände, die derzeit in den Verhältnissen zwischen der Türkei und Deutschland herrschen, gibt es einiges an Übereinstimmung. Es ist völlig inakzeptabel, dass offensichtlich neun deutsche Staatsbürger in der Türkei in Untersuchungshaft sind. Es ist völlig inakzeptabel, dass Unternehmen und Organisationen auf Terrorlisten stehen. Es ist inakzeptabel, welche verbalen Äußerungen es seitens der Türkei in Richtung Deutschland gibt. Ich habe, da Herr Gabriel ja auch angekündigt hat, seinen Urlaub unterbrochen zu haben, erwartet, dass es nunmehr sehr deutliche Maßnahmen gibt, dass endlich seitens der Bundesregierung Konsequenz an den Tag gelegt wird. Fakt ist, ja, es gibt Schritte in die richtige Richtung. Aber es bleibt bisher bei Ankündigungen. Ja, es wäre sinnvoll, wenn man bei Hermes Bürgschaften jetzt Konsequenzen zieht und sagt, man reicht keine mehr aus, um zu bürgen für deutsche Investitionen. Ja, es wäre sinnvoll, endlich zu sagen, Deutschland stoppt alle Waffenlieferungen in die Türkei. Diese Maßnahme ist überfällig. Es wäre sehr wichtig zu sagen, wenn deutsche Parlamentarier nicht nach Konia dürfen, dann werden die deutschen Soldaten auch in einer NATO-Veranstaltung abgezogen. Und es wäre sehr wichtig, dass man nicht nur sagt, wir verfassen andere Reisehinweise, sondern deutlich sagt, wir sprechen eine Reisewarnung aus. Solange es bei Ankündigungen bleibt, wird das bei Herrn Erdogan nur ein müdes Lächeln hervorrufen. Es ist Konsequenz im Handeln angesagt. Es muss wirkungsvoll gehandelt werden. Das sind die von mir geschilderten Maßnahmen. Stopp aller Waffenlieferungen. Endlich einfrieren der Vorbeitrittshilfen. 630 Millionen werden jährlich gezahlt. Aussprechen einer Reisewarnung, was dann wirklich auch treffen würde. Und letztlich muss es auch darum gehen, die Zivilgesellschaft in der Türkei zu stärken, die Opposition zu unterstützen. Denn die Türkei ist ein viel zu wichtiges Land für Europa und für die Welt, als dass man sie Herrn Erdogan dauerhaft überlassen kann. Ich sehe, dass es bisher eine verbale Spirale ist. Dass angekündigt wird, aber dass es bisher noch sehr wenige Maßnahmen gibt. Ja, das Auswärtige Amt hat jetzt Reisehinweise präzisiert. Das ist richtig. Ja, das Auswärtige Amt hat angekündigt zu prüfen. Aber bisher mangelt es mir an Konsequenz. Ich glaube, dass Herr Erdogan nur die klare Sprache der ökonomischen, des finanziellen Druckausübens versteht. Alles andere wird nicht funktionieren. Und das Ziel muss am Ende natürlich sein, dass die Türkei zurückgeführt wird in den Reigen der demokratischen Staaten. Sie ist viel zu wichtig, als dass man sie einem Despoten wie Herrn Erdogan überlassen darf. Die Linke hat von Anfang an darauf hingewiesen, dass mit dem Flüchtlingsdeal Deutschland und Europa erpressbar geworden sind. Das nutzt Herr Erdogan leidlich aus. Und deshalb ist es notwendig, hier klar zu sagen, dass es Grenzen gibt. Menschenrechte sind unteilbar. Das Agieren der Türkei hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Und deswegen hilft nur Konsequenz. Und eine Reisewarnung ist etwas anderes als die Präzisierung von Reisehinweisen. Das wäre wirklich Wirkung. Und ich bin sicher, dass es dann auch Herrn Erdogan mehr als zum Nachdenken bringen würde. Und ich bin sicher, dass es dann auch Herr Erdogan mehr als zum Nachdenken gibt. Ich bin sicher, dass es dann auch Herr Erdogan mehr als zum Nachdenken gibt.